Mein Name ist Nicoletta Hartl, habe vor 15 Jahren im Krankenhaus Tuzing als Krankenschwester im OP angefangen. Mittlerweile bin ich Bereichsverantwortliche und Praxisseilenleiterin in Wirbelsäulechirurgie. Sehr großer Spaß macht mir meine selbstständige und verantwortungsvolle Arbeit. Mein Wissen weiterzugeben ist etwas Schönes und diese tolle, familiäre und höfliche, nette Atmosphäre miteinander ist ein guter Grund, jeden Tag wiederzukommen.